Musik Musik Auch wenn der Angststurm noch überschaubar ist, so möchte ich euch und sie doch ganz herzlich begrüßen zu unserem Hand in Hand Fest. Sie wissen, sie sind hier in den Räumen von Sternen Norden, dem Zentrum für Kinder, Jungen und Familien. Dieses Zentrum wird von einem christlichen Verein getragen. Hand in Hand soll heißen, wir stehen zusammen für die Kinder, vor allen Dingen für die Kinder, die es nicht so gut haben wie die meisten in unserem Land. Musik Wir bieten ganz konkrete Hilfe an, indem zum Beispiel Kinder hier ihre Hausaufgaben erledigen können, indem Kinder hier kostenlos ein Mittagessen bekommen, wenn sie nicht die Möglichkeit dafür haben, das Zuhause zu erhalten. Indem wir ihnen beibringen, wie Fairness ist. Wir finden Beziehungleben ganz, ganz wichtig. Wir treffen, wir haben halt, wir spielen Jäger in Fußball und auch Basketball und Kika und Franzi auch kommen. Man kann mit den Mitarbeitern natürlich Spaß haben. Was uns besonders ausmacht, bei Sternen Norden, hier im Stadtteil, ist, dass wir klar wissen, warum wir es machen, aus dem christlichen Menschenbild heraus. Wir haben viele Mitarbeiter, die sich um die Kinder kümmern, um auch persönliche Begegnungen gewährleisten zu können. Und die Kinder merken das. Ich heiße Elin, ich bin zehn Jahre alt. Ich komme gerne hier, weil das sich Spaß macht. Ich bin zehn Jahre alt. Ich bin zehn Jahre alt.